Willkommen Leute zu einem klein neuen Spiel von M.Digi gemacht. Wreckt. Äh. Keine Ahnung was es ist. Irgendwie so ein kleines Indie-Spiel. Wir starben einfach. Ich hab mal kurz guckt wie das aussieht. Oh. Schaut mal. Ein Hose. Oh. Ich bin verletzt. Oh mein Gott. Was zum Teufel? Das macht der Jaguar. Er schlägt den Typen. Oh. Oh oh. Das war böse. Okay. Okay warte mal. Moment. Da schlage ich. Was? Was? Warum? Ich versteh's nicht. Ja. Ja. Was hat das für einen Sinn? Ich versteh's nicht. Oh Gott nein. Okay. Ach ich kann auch springen. Oh. Oh. Wer bist du denn? Komm mal her hier. Nein. Ich liebe diese Animationsschritte. Ich bin breit. Was ist denn mit den Soundeffekten los? Äh. Ähm. Hat sich aber kein bisschen anderes geändert. Doch jetzt. Ach ich hab das Spiel beendet. Das ist nicht cool. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Aber da ist es auch wieder. Oh. Wow. 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 Nein. Oh Gott, er vergewaltigt mich, nein, ich kann gar nichts machen, aber genauso würde ich auch sterben an Tag 1 von einem Jaguar, der mich schlägt, oh Gott, was ist mit dir los? Diese Sprung-Animation, was machst du? Komm her! Oh Gott, der arme Hase, ey. Ich kann nichts zu essen holen. Gut, wir gehen weiter. Okay, keine Ahnung, was es sein soll. Wir werden es gleich sehen. Oh. Ist das denn Häuser? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh. Das war aber ein cooler Sound. Hat er eine Waffe? Ja, da gebe ich dir recht. Was ist mit dir los? Ein Vibrato verschluckt oder was? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Watsche hier, watsche Ja, Hippies, naja, das ist, das geht nicht Hör auf, so wie zu verbieren, Junge Das ist gar nicht echt eine Waffe Okay Wir sollen dem schwarzen Rambo durch den Weg kommen Wieso liegen wir jetzt am Boden? Oh, ich hab irgendwie Essen bekommen Was machst du? Ach Nein, rennen Können wir das aufnehmen? Was? Hä? Was? Oh, jetzt kommt der schwarze Rambo Jetzt gibt's Stress Oh! Oh! Okay, nicht weg Oh! Oh! Okay, komm, wir müssen weg Alles in der Kontrolle Kein Problem, Leute Was? Was? Oh! 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 ich dachte, wenn der Balken voll ist, ist es gut. Aber es ist schlecht. Okay. So. Wir haben schon was getrunken. Ich weiß nicht, wie man hier was essen soll. Echt nicht. Okay. Wir sind immer noch an Tag 1 und was machen die da hinten eigentlich? Kam ich hierher? Ja. Oder? Nee, doch nicht. Ja, komm. Nichts ist passiert. Wieso kann ich diese Orangenen und Bananen nicht essen? Nehmen sie die einfach. Oh. Aha. Ein Tutorial. Oh Gott. Ah, schade. Schade. Dein Ernst. Dein Motherfucking Ernst. Ey, bleib stehen. Okay, ne, Moment, Hase. Tut mir leid, Hase. Wir können ja doch nichts aufheben, wisst ihr also. Wir haben es, Leute. Was? Gibst du es auf. Das wusste nicht. Ja, komm, komm. Tag 2, Leute. Einfach weiterschlagen. Draufkloppen. Das stirbt nicht. Gott. Arme Hase, ey. Aber es stirbt doch jetzt wieder einfach. Ich verstehe dieses Spiel nicht, Leute. Ich verstehe es echt nicht. Ist das nicht Set gewesen? Oh Gott, was ist mit dir los? Nicht zu mir, Jaguar. Äh, Jaguar. Doch, Jaguar, doch. Das sah irgendwie ein bisschen komisch aus. Okay, wir können den Hasen nicht erledigen. Okay. Ich gucke, ob wir einen Fisch fangen können. Ich habe mich nur irgendwelche Schlaggeräusche. Genau, Mann. Okay. Fisch, der kommt, ja? Oh Gott. Äh, komm, schwimm zurück. Der Fisch denkt sich blüht aus. Nö, warum soll ich zu dir kommen, Penner? Oh Gott, okay, jetzt. Ewischer Kampf. Was? Oh, jetzt vertrinkt er. Nordküste. Oh. Dein Ernst, dein Ernst. Okay. So, wir waren an der Ostküste. Was ist denn hier los? Hier, komm her. Nein, schade. Vielleicht das hier? Oh Gott. Ich bin das schlechteste Überlebenskünstler der Welt. Oh Gott. Oh shit, er kommt, glaube ich, zu mir. Gehen wir mal hier lang. Hier, kommen wir wieder in die Mitte, glaube ich. Oh. Oh Gott. Neben dir steht ein Jaguar. Doch. Bin ich tot? Oh. Oh, okay. Das ist nicht gut. Jetzt wisst ihr, wie schwierig es ist. Auf einer Insel zu überleben. Naja. Oh, ich kann es schneller machen. Oh, cool. Ihr wollt es nochmal sehen? Okay. Wir machen es von vorne. Ja, war ein lustiges Spiel. Die Grafik war... Komisch. Komische Animationen. Komische Aktionen. Komischer Sinn. Weiß auch nicht genau. Maddix. Ne, ne. Maddigi. Der hat es ganz alleine gemacht. Oh Gott. Ich war also der Name. Oh, okay. So, ihr wollt nochmal sehen, oder? Ja, hier. Nochmal. Okay, nein. Äh, ja. Das ist das dann gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Und ich will mal sagen, bis zum nächsten Mal beim neuen Spiel. Es beginnt einfach von vorne. Okay. Tschüssi, Leute. Bürgermeister, komm zu mir, los. Er lächelt. Mach mal, now you're getting one. Okay. Oh, ah.